herzlich willkommen hier auf dem kanal hier bei holy lol und willkommen zu rocket league gestern das turnier war halb erfolgreich hätte ich jetzt bald gesagt wir haben ja ein spiel gewonnen mit einem tourette syndrom dr tourette meine ich gut bei ihm hat sich das geäußert nicht in schimpfwörtern sondern in randa 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 aber wenn ihr es nicht gesehen habt schaut noch mal rein hallo alpha erst mal wieder ja weil weil der ist da der ist da geblieben und nein wir haben das wm turnier immer noch nicht gesehen also in jetzt wo wir hier sind und aber ihr habt schon gesehen und wenn ihr es gesehen habt leiten kommentieren abonnieren in die video beschreibung schon beim twitter kommt folgende meint im shop meine kräfte eingeben holen und ihr könnt auch kanal mitglied werden wir spielen zwei versus zwei ich starte mal die action stade ich dazu ausspreche stade da muss ich immer an meinen meister im tbz im technischen berufszentrum der hieß nämlich stader mann damals es gibt ja auch noch stade also stade kenne ich auch ja das ist bei hamburg da oben ja genau genau so oder die ecke ja ja genau dass das kenne ich dann war ich schon gewesen da ist das alte land da gibt es ganz gute äpfel ich fahr mal links ach so links ja scheiße ja ich weiß ja ich weiß ja nicht was er meint damit was ist denn ich habe ja jetzt und ich meine schubst ich bin tot schön ist zwar nochmals die benutzen aber gegeben ja gut dass ich dich angeschoben hat bestimmt daran belegen ja richtig der konto war ganz ich habe ich habe keinen muss ich habe den bus nicht bekommen ja ich weiß nicht ich hole dir den ich hatte oh shit der geht schööööön wir haben Pitch mit Nuzzi mit Nuzzi der Nuzzi Pitch ja der hatte ich war schräg geflogen habe dann keine kraft mehr hinterlegt der konnte aber gut und der konnte aber gut oh der ist ein Traum der Wart Ja, die haben sich so gegenseitig behindert und dann fällt er mal rein. Schlimme Sache. Hallo? Ja. Wo ist der Ball? Irgendwas ist da... Nein. Ja, ich bin... Wie fällt der denn ab? Oh, nein. Wieso fahre ich hier immer an diesem Boost vorbei? Was ist denn das? Oh, der kommt aber schön zu dir. Der kommt für dich. Nein. Oh, fuck. Tiefer, Rüdiger, tiefer. Nicht so hoch, Rüdiger. Oh, hoch. Oh, ho. Schöner Phase. Ja, aber mehr Lack, dass ich im Weg gestanden habe, ne? Aber danke. Der hätte ja auch zu mir spielen können. Rundenalter. Ah, ich habe einen Unfall. Oh, nee. Oh, Mann. Oh, das ist nicht gut. Weil der nutzt sich immer ganz schnell am Keks, du. Ah, machen wir jetzt. Die sind nicht gut. Der andere Typ ist nicht so, aber... Oh, ich habe ihn. schöner schuss ich weiß gar nicht hätte den noch gehabt er hat ihn berührt auf jeden fall gewesen wäre aber ich behaupte das ist einfach mal so belieben richtig mach nicht diesen der ist ja der klebt ja im hinteren ja ja ich habe das gemerkt das war nicht nett von ihm hat ein bisschen doch der ist irgendwie zerstört schlimm ist wieder aus gleich ja 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 nutzi nein zu hoch schon so weit unter dem ball nein kam er wieder ich hatte kein du dumm schön ist noch ein paar wir mussten sie mir da lang spiel habe ich mich einfach dahin gestellt ist ja richtig nur der eine hat mich wieder zerstört als ich gerade im begriff war die position ein zu haben recht ja gute sache ich bin noch ein bisschen kurz und schieß es bist du da dran ja ich kriege ihn nicht schön na hat ihn wir haben den nutzi besiegt ja man ja da war die deutsche so manchmal im rhein und endlich wieder die kaffee ich tümpel hier immer noch im platin herum einmal kurz ich auch warte ich mache die auch mal rein ja da ist sie in die tante heiß ich habe die wieler ich mache es auch mein original hatte die glaube ich mein schwarz orange explosion welche meinst du dieses power clort aus dem rocket pass oder was ist das team dieser streifen der aus dem himmel kommt ja es hat so ein bisschen ist so ein bisschen angelegte an die explosion wie heißt die weißt du noch wenn ich meine fühlt sich ein bisschen an wie hier von dragon ball wenn er sich verwandelt ich meine auch eine explosion ist ja auch so ähnlich da kommt der strahl von oben aber wie heißt die denn noch mal schreibt man die kommentare ach kennen feier ja genau die nicht so ähnlich da ist sie einfach nur eine abwandlung von schön 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 ja man muss jemanden den simsons dexana denken genau mit seinem auto da mit dem longhorn vorne drauf ja ich komme nicht mehr hin die geht nicht ich habe ich habe dreht. Hab'n Backflip gemacht. 1 Backflip! Shit. Na ja egal. Fahr' mal nach rechts Alphi, ich gucke mal, Alphi Hardcore. Ah ja, war nicht gut, aber ging. Guck mal, ich hab' jetzt den inneren Kreis genommen. Siehst du das? Ja ja. Dadurch war ich schneller am Fall. Gar nicht schlecht. Inner Circle. Alphi gehört zum ausgewählten Kreis. Ja. Immer. Total, das ist richtig. Klingt ein bisschen wie eine Sektor, aber ich find's gut. Kommune der Freiheit halt. Richtig. Hast du das neue Opi Video von heute gesehen? Mhm. Boah, ja. Von gestern, das hab' ich gesehen. Oder war das gestern auch scheiße? Ja, das war von gestern. Das war von gestern, wo er da zugegeben hat, was er da, der sich gepennt hat. Alter, was ist denn mit dem? Was stimmt denn mit ihm nicht? Also ich mein', dass du das mit ihm nicht... Das, was mit ihm nicht stimmt, ist mir klar. Oh shit. Oh shit. Das, was mit dem nicht stimmt, ist ja klar, ne. Aber da berühren sich ja Drähte im Gehirn. Die dürften sich nicht berühren, ey. Ja, das ist richtig. Ach du, du hast in der Mitte. Ja, ich war hinter dir. Eins, déjà vu. Schön. Ah, ich weggebampt. Kannst du den nehmen? Okay, jup. War nicht. Schade. Oh shit. Der ist blöd. Das müsste die Tussi ab... Das müsste das Indigo-Bärchen anzeigen, ey. Das ist das doch normale. Ja, wirklich schon. Der gehört doch weggesperrt, ey. Schau! Da komm ich nicht mehr hin. Nein. Und mich einfach rüberspielt. Ey, gerade hatten wir Nuzzi, jetzt haben wir einen mit... Reden wir nicht drüber? Ah, die seh ich jetzt auch erst. Was? Was zieht denn heute? Naja, du meinst beiden, ne? Ja, ja, richtig. Genau. Oh, ich hab mich... Kann nicht mehr runter. Und eigentlich noch ein bisschen zu spielen. Sehr gut. Ich glaub... Nicht mehr jetzt aber. Weihnachtig. Oh, schade. Wenn du noch mal einen Dreh machst... Öööööööööööö... Nii-haaa. Also die Narben sind heute trümpft ey. Da kannst du mir nicht erzählen, dass das keine Absicht war. Alter, okay man, wir zerstören sie. Schön in die kurze Ecke. Nice. Oh, oh, schade. Warum? Ja, ich verfreue, dass ich weit dran gekommen bin. Der geht, der geht nicht. Alter, oh Gott. Darf ich noch zu sehen nochmal? Was, was? Wollte eigentlich dran vorbeifahren. Boah, what is Dave. Ich bin heute der Pfostenkönig. Ich hab mich getroffen. Ja, ja, der war geplant. Für ich? Jetzt aber, jetzt aber. Ihhha, ich will auch mal hier. Ihhha. Ihhha. Bum. Und ähm, wir führen 5 zu 2. Ihhha. Easy. Na, ich zieh mich mal zurück. Und so mittig hinten, na, hinter dem Spiel. Ja, ich spiele hier erstmal ein bisschen aus. Ja. Oh ja, das war gut. Der Rückpass war genauso gut wie, äh. Wie die machen alle Vater. Mhm. Der spielt mich auch immer gerne aus. Oh. Oh. Schade. Ich dachte, ich krieg ihn auch immerhin drüber. Was tut der denn da rum? Ja, Ihhha. 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 Zweite Mal Ihhha. Ne, sechste Mal Ihhha. Ich muss aber mal ein zweites Mal. Was ist er? Insgesamt sechs Mal. Richtig. Da hast du recht. Ah. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Sesseln. wir haben einmal den nutzi besiegt und einmal den das kann ich nicht sagen den beiden seinen kollegen aber besiegt ja ja die haben bei der beiden hat nichts mit der rita oder dem rudy zu tun denkt an die kommen da nicht her so geben wir auf das war's für heute ich wünsche euch noch einen schönen tag alfa danke fürs mitmachen ja war lustig und hier die grüße an meine kanalmitglieder an meine lauten unterstützer vielen dank phoenix vielen dank aksw vielen dank viel und vielen dank tombstone vielen dank für eure unterstützung